Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Sie sind ein Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen! Der Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprechtiger Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Gestalt Feiglinge! Verreicher und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das geschmeißenste deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär-Malerationen nur behindert! Es hat mit denen nur ein Fettpicken-Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am ganzen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus!